Herzlich willkommen zur Minecraft-WG mit Yuya Trin. Hallo. Riga. Hallo. Und Rubber. Ein Wunderschön. Und mich vergesse ich einfach, ich bin nicht dabei. Genau, der Miefi ist auch dabei. Ich vergesse immer, dass man durch einen Hive. Ich bin wieder dabei, fit. Gesund. Hat jemand Obst von euch? Ne, ne? Äh, ne. Doch, aber ich bin weit, weit weg. Die Frage ist, ob das auch mit Bären geht. Müsste eigentlich auch gehen, ne? So einen Bären-Schnaps. Ähm, warte. Wieso willst du Schnaps herstellen? Ach ja, genau. Ich brauch Alkohol, um aus Alkohol Essig zu machen, um aus Essig Brine zu machen, um Sachen zu brinen, um sie dann in Essig einzulegen, zu pickeln. Und dann sind sie lange haltbar. Interessant. Dann könnte man sie dann auch noch räuchern, wenn man will. Ich habe ein Mini-Schiff gefunden. Ich geh da jetzt mal raus. Musst du Cider haben oder reicht auch Rum und sowas? Ne, Alkohol brauche ich. Ja, allgemein. Es gibt da verschiedene Sorten Alkohol. Ach du Scheiß, ich das auch noch. Ja, ja. Es gibt Cider, Rum, Sake, Water, Whisky, Korn-Whisky. Normaler Alkohol. Sack? Reiner, reiner Alkohol. Wir haben gar nichts an Obst oder Bären. Das ist super. Also rein Alkohol gibt's nicht. Es gibt nur Spezifisches. Aber es ist egal, welches du davon nimmst. Das zählt halt als hochprozentiges. Ja, müsste alles gehen. Weil dann könnte man auch Weizen nutzen und sowas. Dann brauchst du nicht unbedingt auf Früchte ausweichen. Weizen? Ich habe ja Maiskulzen. Ich komme sofort Richtung Home. Dann schauen wir mal. Ich glaube, der Reis oder so sollte dem ist fertig werden. Wie benutzt man diesen Scheiß-Gesel? Ich habe äh... Der Reis ist bei 60%. Guck mal den Reis. Aus Reis können wir das machen. Reis ist bei 64%. Vamor, okay. Okay, Reis 64%. Ist alles noch nicht so weit. Sollte eigentlich demnächst fertig werden. Können wir einen Kartoffelschaps machen? Ja, wir haben nichts zu essen, aber wir sorgen für Alkohol. So ist richtig. Ne, ne. Heimung frei. Das sieht nur aus Früchten. Doch, natürlich. Kartoffeln, Wodka. Alles klar. Kartoffeln, Wodka. Ich hätte hier noch Maiskolben. Kann ich nicht aus Maiskolben was machen? Hm... Vor kurz. Hm... Ich glaube, ich sollte demnächst heimgehen. Ich bin schon sehr... Ich habe nur 20 und ich brauche, glaube ich, 40 und so für Alkohol. Oh, oh. Ich habe etwas gefunden. Was hast du gefunden? Ein Haus. Ein Haus. In der Mitte... Wir benötigen... Nein, es ist nicht in der Mitte einer Straße. Ich bin sorry. Ich gucke gerade, um Korn zu verarbeiten... Wer hat eigentlich keine Ahnung geschrieben? Was? Am Ende war ich selber und habe das Schild geschrieben. Ich sehe das gerade... Aber keine Ahnung, ob ich nicht geschrieben habe. Das Schild muss irgendwas anders geschrieben haben. Erstmal wieder Hüte sammeln. So, zwei Hüte frei gescheitert. Los. Kann ich keinen Eierschnaps machen? Bring mir einen mit. Eierschnaps. Da sind ja noch 10 Unzen. Mann, da sind ja Sojabohnen. Nach dem Haus drehe ich um und gehe heim. Und dann crafte ich mal wieder. Yay! Hast du Mais? Ey! Hast du Mais? Ich habe nichts, hau mich nicht. Ich habe nichts, hau mich nicht. Ich habe nichts, hau mich nicht. Mann, das hier ist Süßwasser? Ja, was ist das Meer? Das kann kein Süßwasser sein. Ja. Wir brauchen Smooth Antisid. Ja, da bin ich auf dem Rückweg. Gucke ich mal nochmal, welche Meinung sowas schon mal gesehen zu haben. Für eine Quernbase, damit wir Weizen und so ein Kram verarbeiten können. Sonst können wir damit nichts machen. Was? Blanken Granit kann ich sowas nicht erstellen? Wir sind heute mehrere Leute vorbereitet, habe ich gehört. Ich habe mich, also die Zeit, die ich jetzt etwas mehr habe, habe ich jetzt genutzt. Ich auch ein bisschen, das ist ja. Bevor ich dann bald wieder nicht mehr so viel Zeit habe. Also, also das Haus, das ich gefunden habe, da war nichts drin. Ich habe gesagt, nach dem Haus drehe ich um. Das zählt nicht. Alles klar, dann halt bis zum nächsten Haus. Ist doch in Ordnung. Warte mal, ich gehe mal da hinten in die Dings rein. Der Kram muss ja eh noch wachsen. Vielleicht, während ich Smooth Antisid, dann können wir das gleich. weiterverarbeiten. Smooth Antisid, okay. Ja, ja. Smooth, move, move, move. Oder Antisid, vielleicht können wir das irgendwie smooth in das Raum machen. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Give me silky, give me smooth. Give me touch. Touch my tralala. Was? Na. Dann können wir Mehl und so herstellen. Wenn ich hier Gerste, kennst du Gerste auch? Ich habe Kür gefunden. Ähm, warte. Warte. Ich habe das alles aufgenommen. Ich schaue sofort. Gerste, 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 Gerste. Ich habe Kür gefunden. Weit, weit weg von daheim. Also so 3000 Meter weg von daheim. Cool. Ja. Bringt uns nicht viel, gehe ich mal davon aus. Hm. Richtig. Ich glaube, mit Gerste funktioniert das nicht. Ich finde, das fehlt jetzt hier nichts. Aha. Ich weiß, wie wir mehr Körner kriegen. Ich habe gerade Gerste in meinem Inventargepark ohne Messer dazu gemacht. Weil ich es klein schneiden wollte. Und was kriege ich raus? Gerstenkorn. Ah. Eventuell kann man das anpflanzen dann, oder? Echt so umständlich machen. Kannst du aber versuchen, ob das funktioniert. Einfach reinknall in die Erde. Ich probiere es mal aus. Gerstenkorn kann aber auch sein, um daraus... Schnappst du mal. ...brot oder Schnapps zu machen. Ja, alles ist möglich hier. Das ist nicht ganz höchstlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir... Hier ist platziert. Nein, kann ich nicht. Alles klar, dann versuch mal damit Schnapps zu machen. Ja, ich wollte aber die Menge zerkleinern. Das ist jetzt noch zu viel. Ich brauche ja nur 40, 60 Unzen. Ich esse, was davon hatte. Übrigens, die Augen offen halten. Zwischendurch kann wieder neuer Kram gewachsen sein. Durch Tomaten und Paprika und so ein Kram. Ja, ich habe jetzt Kartoffel, Roche, Knoblauch, Weißkohl, Tomate, Hafer, Paprika, Jute und Soja im Inventar. Ja, also... Das sieht nicht aus, als würde er aus Alkohol werden. Und Kürbis. Kürbis ist auch gut. Da können wir Kürbisschnaps draus machen. Ja, die WG ernährt sich von Alkohol, ist doch klar. Natürlich. War das anders bisher? Wir hatten nichts. Warum habe ich noch nichts davon abbekommen? Weil selber trinken macht besoffen. Selber trinken macht besoffen. Rather 2016. Bitte jetzt auf Twitter schreiben. Ja, war gut. Da fehlt noch ein Packet. Ich muss ja ein Packet frei, dass das jemand jetzt twittern würde. Ne. Alkohol hätte so schnell muss ich aber 1000 Minibig jetzt drin haben, ne? Und dann einfach die Früchte dazu, irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht. Aber das mit der Gerste wird wohl nix. Da passiert gar nix. Das ist mal Quellen, vielleicht krieg ich ja da schön ein Haferbrei raus oder so. Hashtag Rather 2016. So, geht für das. Nachwelt. Für die Nachwelt erhalten. Sehr geil, sehr geil. In doppelter Hinsicht. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Hätte ich jetzt mein Handy hier, würde ich äh... It, it, it retweeten. Retweeten. Äh, retweeten, genau. Retweeten. Das wird ja alles noch nicht fertig. Oder, oder wie hat Horki damals gesagt? Man kann diese Kommentare irgendwie recyceln. Da ist ein Recycle-Button. Was kann man hier ja recyceln? Ähm, ja. Ein Recycle-Button. Okay. Oh, da ist ein großes blaues Schloss, das ist jetzt meins. Es wachsen keine Früchte und keine Beeren. Das ist in der Luft. Wie komme ich denn da hin? Ich habe mir übrigens überlegt, da hier alles so weit weg ist, wenn wir mal weit weg sind und dann eine interessante Gegend haben, dass wir... Ja, das kann ich euch vielleicht die OP richtig geben, dass wir dann so quasi einen Portpunkt dahin bauen. Oder dass wir uns da mal hin porten können, weil sonst sind wir ewig immer nur unterwegs. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt hier ein großes blaues Luftschloss gefunden. Dagegen haben wir natürlich nichts. Ist doch... Und da würde ich irgendwann schon ganz gerne mal reingehen. Ich glaube nicht, dass die Zuschauer immer sehen wollen, wie wir fünf Tage hin und her laufen. Ja, genau. Bevor wir unterwegs sterben, ne? Nicht an jeder Fläche und auch nicht so nah dran, aber wenn wir was weit weg haben, dass wir dann mal wieder... Ja, kein Problem. Können wir so machen. Oh, ich glaube, die Formsorte hatten wir noch gar nicht. Espe. So, jetzt muss ich mal kurz auf meiner Map gucken. Ich bin ja schon mal weit, sehr weit, sehr, sehr weit gerannt. Sehr, 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 sehr weit sogar. Aber ich bin ja einmal drum herum gerannt. Geil. Den ganzen Inland habe ich überhaupt noch nicht erforscht. Ähm... Komm, lass doch den Setzling fallen, blöder Baum. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo ein Port-Ding hinsetzen wollen. Ah, da ist ein Setzling. Das mache ich eigentlich nur dumm rum und mache gar nichts eigentlich. Gerade. Ich auch. Ich versuche gerade, Antisid zu finden. Ander was? Antisid. Was macht man damit? Ja, den Quern. Ah. Und den Quern steigen, glaube ich auch. Ja. Ich schaue mal, wie ist denn eine Menge von dem... Ich fälle ein bisschen Holz, Holz kann man auch immer gebrauchen, habe ich mir gedacht. Dolomit, alles klar. Das brauche ich nicht. Ich habe einen Baum gefällt, aber er kommt nicht wieder. Wo rennt ihr schon wieder rum? Ich muss ihn jetzt noch mal fällen. Finde ich... Oh, nice. Jetzt ist es auch noch gefallen, okay. Bin relativ nah zu Hause. Also... Also der Schüssel ist mühselig. Geht nicht so einfach, oder was? Ähm... Da ist eine Taste, die standardmäßig zumindest bei mir nicht funktioniert hat. Ich muss es neu belegen. Da kannst du dann so durchschiften und rechts neben deiner Leiste ist dann so ein Kästchen, was eingestellt ist. Und dann musst du das Zeug setzen und dann halt einzeln anklicken und... Äh... Ja. Also ich habe es zumindest noch nicht rausgefunden, wie ich das im Inventar machen kann. Aber ich habe Marmorbrocken gefunden. Die brauchen wir unter anderem... ...und 30 Stück. Perfekt. Klingt doch gut. Ja. Als habe ich meine Schaufel weggepackt. Ich tipp. Gute App. Gute App. Ja, jetzt brauche ich die gerade. Alles klar, die Nachbarn sind wieder lautstark am diskutieren. Echt? Ich glaube, das wird langsam so ein Running Gag. Geht's? Geht's, Nachbarn. Nur man hört sie halt blöderweise nicht. Eben. Wir wollen mal was hören da. Sag dir mal, die sollen noch ein bisschen lauter... äh... ...lautere Argumente auspacken. Nein, das stimmt. Komm ins Internet. Ja, sag den Sie nicht. Ihr werdet zu Stars. Vielleicht sind sie dann ja leise. Bei der besoffenen WG. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass die dann leise sind. Ach deswegen, weil die hier Marmor ist. Aha. Aha. Wo sitzt es? Ein Stück Holz hingeflogen? Ja, gut. Die andere Seite. Äh. Als falls jemand irgendwann was zu essen hat. Ich hab nichts. Essen? Ja. Das ist bis jetzt noch irgendwie ein Wunschdenken. Hm? Was hab ich denn hier überhaupt? Das ist noch nicht gewachsen. Könnte man sagen. Stachelbärbusch. 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 Wo haben wir denn hier einen Stachelbärbusch? Da. Stachelbärbusch. Okay, wir haben wieder eine weitere Quest, die wir abgeben können. Den Marmorbrocken. Uuuuh. Ich war produktiv? Yeah. Was dann auch euch gemacht? Quest erledigt. Nice. Jetzt darf ich nach Hause gehen. Warte. Wie viel? Alle euren Schlafsack dabei? Ja. Was? Wir haben unseren Schlafsack alle dabei, ja. Also ich ja. Das ist gut. Wo wir hier, wo wir hier mal campen. In den, in den... Hier so. Und dann hier zum Abgeben. Wir campen hier so. Ich camp hier. Da war gerade noch Erde. Achso, ist noch gar nicht Nacht. Okay. Ne, ist noch, ist noch nicht. Oh, guck mal, wie schön die Sonne untergeht. Guck mal. Oh, ich schlafe hier im Sonnenuntergang. Ja. Gute Nacht. Nacht. Uuuh. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Achso, ja. Schlafen wäre eine Option. Ja. Ich hab den Sonnenuntergang noch angeguckt. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also langsam könnte ruhig mal was fertig werden von dem Essen. Sonst geht das nicht. Achso. Ach. Essen überbewertet. Alles gut. Ach, es geht schon. Du hast nur irgendwann halt nur so 200 Lebenspunkte. Die Jute wächst. Reis. Reis bei 70 Prozent. Also 10 Prozent am Tag gewacht. Kann natürlich auch schwimmen, aber das dauert schon zehn Jahre bis. Oh. Die Tomaten im Schnitt. Oh. Ah. Aber dann kann ich nicht wirklich die Möglichkeit unterwegs was zu finden. Morgen und Gerste. Hast du überhaupt Platz, um was zu finden? Ja, ja. Das mache ich schon. Obstportage ist auch noch nix. Soja, Bohnen. Wachsen auch noch vorsichern. Ich bin da schon. Ich will keine Stöcker. Ich will Setzlinge haben. Gib mir Setzlinge. Gib mir Setzlinge. Gib mir Setzlinge. Gib mir Setzlinge. Wenn alles fertig wird, dann wird halt alles erstmal fertig. Sagen sollten wir vielleicht. Ja. Alkohol haben. Alkohol beziehungsweise sicherer. Oh. Wir brauchen noch mehr Tonkrüge, weil auch wenn wir es in Tonkrügen lagern, das schon länger hält. Das stimmt. Ja, das stimmt. Hab ich aufgelesen. Ich glaub ich zwei Stunden oder so in dem Wiki aufgehalten und mal alles durchgelesen. Tonkrüge wäre der Problem. Ja, meine Prinzipien. Ich hab Bambis gefunden. Tonkrüge kann ich dann noch machen. Ich mach nur das fertig. Aber in Tonkrügen kannst du nicht alles lagern, sondern nur 80 OZ. Das heißt die Hälfte von nem ganzen gesteckten Nahrungsmittel. Demi weiß Bescheid. Ich hab mich angelesen. Bin mal vorbereitet. Das erste Mal. Das finde ich super. Ja, ich erst. So. Dann ist es noch ein Stückchen. Boah, jetzt den ganzen Weg zurück. Ich freu mich. So, aber beide sehr verehrten Ladies and Gentlemen, wir haben soeben die optimale Folgenlänge erreicht. Und zwar genau jetzt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.